Herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4 und dem Modus Olimars Tagebuch. Hier im Gebietsauswahl-Bildschirm haben wir sogar einen Remix vom Soundtrack der Karte aus Pikmin 1. Ja, ist mir gerade so aufgefallen. Freunde, wir haben diesen Modus angefangen, indem wir mit Olimar in der Heldenbasis reden und quasi seine Erinnerungen erleben mit seinem Tagebuch. Und wir lauschen seinen Geschichten. Und das erinnert schon stark an Pikmin 1 von der Story. Wir müssen innerhalb einer vorgegebenen Tagesanzahl alle 30 Raumschiffteile finden. Viele Leute meinten zu mir, Markus, mach das unbedingt, bevor du im Main-Game zum sechsten Gebiet gehst. Und deswegen machen wir das. Wir haben so viele unabhängig voneinander geschrieben, dass wir das jetzt erstmal kompletieren wollen. Macht doch bisher Spaß, wir haben nur ohne alle unsere Fähigkeiten begonnen. Und es sind die Gebiete aus Pikmin 4 ein bisschen verändert natürlich, angepasst, interessant. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich. Wir haben alle Zwiebeln, aber es sind noch Schiffsteile offen. Es lädt verdammt schnell. Warum lädt denn das so viel schneller als das Main-Game? Muss ich gar nicht schneiden. Ich meine, vielleicht geht es ja noch weiter. Vielleicht kriegen wir doch noch Höhlen zu Gesicht und all das. Aber wir haben halb so viele Tage, wie in Pikmin 1, nämlich nur derer 15 insgesamt. Und ich möchte am besten jeden Part zwei Tage einfügen. Ich habe auch schon alle drei Basen gefunden. Eine Bombe ausgegraben. Na gut. Und das ist die dritte Basis. Und hier in der unmittelbaren Umgebung habe ich mich noch gar nicht gründlich umgeschaut. Das sollte ich aber tun. Kenn mich ja ein bisschen aus, ne? Auch, dass wir hier so hoch... Ach, ja, ein Mammuter. Ich mache dich trotzdem kalt. Nimm es mir nicht rum. Er ist trotzdem stark. Okay, das ist wahrscheinlich ein Gegner, wo du wirklich eher die Pikmin draufwerfen solltest. Statt, äh, ausschwärmen zu lassen. Das ist ja auch vieler Sinn. Also, gezüchtet habe ich ja eigentlich erstmal genug, hätte ich behauptet. Kann man die nicht draufwerfen? Wo sind denn? Ist doch völlig welche in den Boden gerammt. Ja. Es sind sogar gelbe. Man sieht sie kaum. Er ist einfach im Weg. Na gut. Aber wir sind ohne Rettungshund unterwegs, ne? Da ich anfangs dachte so, boah, dieser Otschin, ne? Was soll ich von dem halten? Und jetzt, jetzt ist er unentbehrlich geworden. Und ich, ja, ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn! Rein Gameplay-Technik, versteht sich. Aber wir werden bestimmt erfahren, wie Otschin, äh, wie, wie, wie Olimar Mos kennenlernte. Hat sich doch so viele erwischt. Och Gott. Ja, das war ungeil. Das, äh, gebe ich zu. Das war ein bisschen ungeil. Aber dafür haben wir ja auch schon genug Vorrat. Oder? Wie viel haben wir denn noch? Ja, guck mal, wir haben richtig viel. Siehste? Die Pikmin sind wieder da. Wie von Zauberhand. Hier ist da ein Schatz vergraben, oder was? Wie auch ein Schatz, sag ich schon. Natürlich ein Raumschiff-Teil. Oder gibt's da wirklich nur Rohmaterial? Das ist ein Ding. Ich kann da selbst ja nicht rüber. Gucken wir das, die Ecke, wo der, nee, der Schnapper war da nicht. Wir haben auch Material gesammelt. Das heißt, wir könnten hier rüber. Da war das dann Dori. Wir haben nicht so viel Material. Och, Bruder. Da hinten ist noch. Da ist auch noch. Der hat doch bestimmt ein Raumschiff-Teil verschluckt. Der sieht doch so aus. Warum? Seid ihr nicht genug, oder was? Ich wollte sagen, ihr habt doch gar nicht so viel. Was wir mehr finden, ist bauen unmöglich. Können wir das schaffen? Nope. Na, warte. Moinsen. Wir haben uns noch mal deine Weichsteile so heute. Kannst gerne mich attackieren. Das habe ich gerne in Kauf genommen. Um Zeit zu sparen. Generell wäre es vielleicht auch ein kleines bisschen klüger gewesen. Nicht sofort hier, sag ich mal, diese Insel da anzustreben, wenn wir nicht genug Rohmaterial haben. Aber was getan ist, ist getan. Was wir jetzt auch tun, ist, dich zu attackieren. Immer kein Ultramotivier-Spray, nichts. Na, der kommt zu nix. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Na, also. Hier diese, diese... Weiß ich nicht. Tröte, hätte ich fast gesagt. So, die haben auch alles abtransportiert. Aber warum? Wenn ich, wenn ich Moss oder irgendetwas... Oh, guck mal hier. Die Waage. Oder irgendetwas nicht finde. Dann kann ich das vielleicht noch gar nicht lösen. Möglicherweise... Muss ich hierhin zurückkehren, ins erste Gebiet. Sobald ich die richtigen Fähigkeiten habe, um Vasen zu zerstören. Auf irgendeine Art und Weise. Was ist denn denn? 19. Achso. Sobald man fragen, was ihr da in der... Seid ihr so die... In der Raucherecke? Oder was ist das? Seid ihr die coolen Kids? Verstehe. Ja, Freunde. Das kann sogar sein, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Wir können nicht ohne weiteres hoch. Ne? Wir können hier nicht hoch. Wir können natürlich Material abtransportieren. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mit dieser Möglichkeit habe ich gar nicht kalkuliert. Hier ist ein Schatzteil, aber halt wirklich dahinter mit dem Vasen. Eindeutig. Wenn das so ist... Verdammt. Das... Errascht mich ein bisschen. Aber nicht schlimm. Wir waren ja nicht... ergebnislos. Es gibt immer was zu tun. Deswegen kommt man doch mit nur zwei Raumschiffteilen ins nächste Gebiet. Und backtracken wie ein König. Backtracken wie ein König. Achso, da kommen wir so hin. Passt doch eigentlich ganz gut in den Kram. Vielleicht finden wir doch noch irgendetwas. Und sei es ein Erdloch... Wo wir es freibuddeln können. Da ist ja noch eins. Wenn wir dafür eine Bombe bekommen, bekommen wir dafür eine Bombe. So. Das war die Weisheit des Tages. Und so ist es. Unterwältigend. Wie kommen wir denn da hin? Ach, hier war doch der See. Das haben sie auch verändert. Quasi. Wisst ihr noch, wo wir die Eispigmen das eingefroren haben? Hey, da können wir noch was machen. Hol doch die Basis hier hin. Da können wir noch hoch. Es gibt doch noch was zu tun. Okay. Oh, das soll nicht gehen, ne? Das soll nicht. Doch nicht. Na dran, ne? Also mit einem Rettungshund... Könnte das gehen. Die landen nicht mal oben. Also er transportiert das ab, ja. Das ist auch ein bisschen Déjà-vu, ne? Dass wir wieder hier an dieser Stelle sind und uns wieder denken... Hm. What are you doing? Ja, von der anderen Seite... Wir können zwar drum rumlaufen, aber dann hindert uns das wieder. Also auch das scheinbar ein Bereich, der... ...so nicht erreicht werden soll. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Ja. Jetzt sind wir nur noch Hindernis im Weg. Das sind alle die verkehrten Farben, ne? Das nervt. Jetzt sind die da jetzt alle, äh... ...stehenbleiben, die andere Wurzeln. Na gut, es war ja kein verlorener Tag. Es war einfach nur... ...Bestätigung. Damit haben wir jetzt Klarheit und Gewissheit. Mehr geht nicht. Aber wir konnten so viele Rohmaterialien und so weiter abtransportieren, wie nur irgend möglich. Die geben manchmal Nektar. Aber diesmal nicht. Das Loch kriegen wir noch rausgebuddelt. Ja, vielleicht haben wir im nächsten Gebiet wieder irgendwelche massiven Wände und dann stehen wir da. Aber wir haben Bomben, ne? Bomben. So machen wir das. Expedition beenden. Olimar, was sagst du dazu? Ionen-Chat. Mhm. Schocker, setzt ein Blitzschlag frei, der Kreaturen in der Umgebung kurzzeitig leben kann. Warum sind hier nur die Pflanzen im Vergleich zu den Tieren so riesig? Weil ich existiert in ja in ferner Vergangenheit gigantische Kreaturen, die ich nicht mal einmal vorzustellen vermag. Ferne Vergangenheit? Meinst du? Übrige Tage zwölf. Dann los. Erblühender Park. Was geht ab? Was geht ab im erblühenden Park? Sieht hier schön aus wieder. Ich fand das ja an Funken besser vom Aufbau als das erste Gebiet. Dies hier ist ein wunderschöner Ort. Die von mir fallenden Blütenblätter haben etwas Zauberhaftes an sich. Ich würde ihn den erblühenden Park nennen. Welch wohl klingender Name. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um sentimental zu werden. Ich sollte besser nach Schiffsteilen suchen. Das solltest du. Und nach Knollen und allem, was dazu gehört. Ob Olimar noch ins fünfte Gebiet geht. Ob der vielleicht vorher im fünften Gebiet war. Ja, trotzdem. Musste nicht. Ich wollte euch nur nicht beschäftigungslos lassen. Sehen wir dann am Ende des Tages, ob wir das noch brauchen. So. Der tötet ja auch nicht. Der nervt einfach nur. In aller Freundschaft. Du nervst wie Sau. Verlegst du bitte. Was weg ist, ist weg, würde ich sagen. Das wäre auch interessant, dass es hier so Stäbe gibt. Dass da ein Hund nicht hin kann. Das ist gebaut. Nee, ist es nicht. Ah. Entschuldigung für meine komischen. Aber. Good morning in the morning. Mit. Gibt es hier noch Checkpoints? Guck mal. Raumschiffteil. Jawohl. Ich glaube, ist wohl eher die Schraube. Fühlt sich schon wieder so weit weg und so lang her an, dass wir Pikmin 1 gespielt haben. Dabei war das gar nicht so. Bevor ich das Feuer noch mal entzünde. Ihr seid ja fertig, ne? Das Mosso. Das Mosso. Oh, was ist das für eine Kreatur? Sie wirkt nicht, als wolle sie mich angreifen. Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Warum? Alter, vielleicht fügt sich das jetzt in die Story ein. Vielleicht ist sie hungrig. Ich sollte etwas in meiner Tasche nachsehen, ob ich etwas habe, mit dem ich sie füttern kann. Hast du einen Knochen? Ja, er hat einen Knochen dabei. Knochenessen mit vielen Nährstoffen. Sehr schön. Das scheint dir geschmeckt zu haben. Es freut mich, dass es dir besser geht. Und so wurden sie Freunde. Ist das alles? Na ja. Diese Kreatur sieht ja fast aus wie ein Hund. Sie scheint mich zu mögen. Und mir gefällt ihr ungewöhnliches grünes Fell. Sobrecht besonders schöne Moosarten. Ich nenne die Kreatur Mos. Da kommt der Name her. Olimar ist schon. Olimar ist schon einer, ne? Fein. Jetzt sind wir unterwegs mit Mos und damit könnten wir eigentlich das andere Gebiet weiter erkunden, ne? In der Theorie. Vielleicht. Mal gucken sollen, ob Mos auch die Attacke kann. Ja. Kann sie. Hätten wir es gewusst. Warte, ich muss den Weg zurück finden. Mach mich doch nicht so kirre. Oder du baust erstmal die Brücke. Die kommt von... Boah. Boah. Schon arschweit weg, aber mach die mal. Gerade weil das so weit weg ist. Oh shit. Ich komme wieder. Äh, die Pikmin finden einen Weg? Ich glaube nicht. Ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass ich vorher da hinten das Stroh erst hätte verbrennen müssen. Mal sehen, was die sagen. Ah doch, die können den Mega-Umweg nehmen. Ich hoffe, das sind keine Monster oder nicht alle. Ohhhh. Idiot, ey. Ah, das ist nur ein Rückweg, aber immerhin. Ey. Wann? Früher nicht so aggressiv. Hat jetzt auch aufgehört, deswegen. Okay, pass auf. Das dauert vermutlich ein Weilchen. Mhm. So, ich sehe jetzt ein paar Feuerstellen und da sollten wir hingehen. Aber könnt ihr auch das bauen? Ihr baut das mal. 1, 2, 3, 4. Und einen lasse ich mir übrig. So. Junge Padawan, komm mal mit. Das ist nämlich unser Zündelmeister. Schimmel. Hier finde ich ja gar nicht mehr nach Hause. Muss das so? Ja, umso wichtiger, dass wir es mal rausfinden jetzt. Kannst du da nicht runter gehen, bitte? Hier geht's. War doch noch einer, oder? Der Weg ist ein bisschen länger. Aber passt. Zur blauen Zwiebel. Wer ist hier der Dandori-Meister? Wer ist hier der Dandori-Meister? Wessen Pikmin ist gerade gestorben? Wer ist ein Pikmin? Blaue Pikmänner ist vorne. So, ihr habt ja... Naja. Die Brücke dabei wäre alles viel einfacher, sag ich euch ganz ehrlich. Langbein. Vor allen Dingen. Wenn das eh noch ein bisschen im Verzug ist da drüben. Dann los. Es zieht sich wieder durchs ganze Level. Finde ich ja clever, ne? Und er hat nur Angst. So, tschüss. Da steht er jetzt. Da steht er, der Peter. Für immer. Für immer. Das kriegst du niemals so einfach. Das ist ein Präsentierteller. Hier kommen jetzt mindestens... Ja. Hier kommen diese. Warte, was? Die zünden nicht an. Ist ihm egal. Ne, der hat die verschluckt. Ist ihm aber wirklich egal. Mein Gott. Hä, da waren doch gar keine mehr eigentlich. Wer nimmt denn der die her jetzt? Ist er der einzige? Er hat eine neue Variante von diesem Blumengegner, der sich getarnt hatte. Okay. Könnt ihr das wuppen? Den eigentlich nicht. Nee, braucht ihr wirklich nicht. Ja, moin. Also, ich bin erstmal da für Taten. Denn nur die Taten kommen in den Garten. Und währenddessen sind die Leute am Bauen und so. Und die Früchte können wir dann nächstes Mal wunderbar abtransportieren, oder? Auch wenn es echt wenig Pikmin sind, die hier jetzt gegen den Schnapper antreten. Ey, soll ich mir was sagen? Irgendwie? Ich weiß, ich stelle mich ein bisschen dumm an, ne? Dann stelle ich bei Pikmin 4 wenigstens nicht so dumm an. Ich weiß es. I feel it. Aber irgendwie haben die hier ihren originalen Schwerkeitsgrad, würde ich fast sagen. Wo ist eigentlich... Schon wieder vergessen. So schwer war das Spiel mal ursprünglich. Ich erinnere mich. Ja, das ist übel, ne? Dann kriegen wir jetzt auch nicht mehr mit zwei Pikmin As. Huch! Es sind noch so viele Pik... Was? Was? Oh, Knobknolle. Das ist auch sinnvoll. Fünfzehn. Ach, die haben das Schraubenschiffteil so gut wie zurückgebracht. Die sind gleich safe. Warte bitte, Moss, ja? Ja, aber du schaffst das nicht mehr. Ah, schade, denn nur noch so wenig hätten gefehlt. Das hat ein massiver Umweg auch. Naja. Warte auf mich. Da hat man richtig Schaffensdrang. Da will man direkt weitermachen, ne? Und wir werden direkt weitermachen. Im nächsten Part. Ja, nee. Zwei Ingame-Tage sind hier doch eine relativ gute Partlänge, würde ich sagen. Und der nächste Part sollte ja noch heute kommen. Also, haltet nach Arschau. Wir haben auch schon zwei Schätze. Passt, wackelt und hat Luft. Heimkehr-Signal. Na siehste. Das ist auch sehr wichtig. Notfall-Kit. Kraft von 10 Pikmin und 20 Pikmin. Ja, stark! Heute habe ich eine neue Kamerade getroffen, die Hündin Moss. Diese Hunderasse habe ich nie zuvor gesehen, doch Moss hat sofort Vertrauen gefasst und ruht sich jetzt neben mir aus. Moss und die Pikmin an meiner Seite zu wissen, ist sehr tröstig. Mit ihrer Hilfe werde ich die Schiffsteile schnell finden. Guck mal, Olimar macht Verbündete. Ist doch wunderbar. Wie es beim elftletzten Tag nächstes Mal aussieht, das gucken wir uns an. Ist vielleicht doch gar nicht so unspannend, ne? Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen ranhalten, 30 Raumschiffteile zu finden. Es ist doch gar... Also, ein bisschen so schwitzt man dann schon. Wird das doch lustig. Es wird lustig. Auch das nächste Mal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.